Huckacke! Elias! 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 Mit einem Schiff! 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 Dieser Schiff sieht übrigens 8 Kilo. Wenn er im Gesicht einschlägt, ist das mäßig angenehm. Ursus! Start! Elias versucht mit einem Schildstoß, Ursus aus dem Gleichgewicht zu drängen. Ursus fängt diesen gezielt mit dem Kopf ab und schlicht ihn in den Bauch. Der Kopf ist Teil der Schutzausrüstung. Huckacke! 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 Locker Elias! Huckacke! Start! Ein sauberer Schnitt zur Schulter. Obwohl so Ursus von einer kleinen Schar Ladiatorenbegeisterter angefeuert wird, kämpfen sie für alles. Aber ein bisschen mehr würden ihn gut tun. Huckacke! Nun wir Walking Nachklassen! Huckacke! いてhers! Dem Pär sind nichts zu schwer! Buhun! Unruh fluch! Buhun! Hey! Gohun! Und Eneas arbeitet sich durch die Deckung von uns. 2 zu 1. 2 zu 1.